Servus meine Rap-Boider Freunde, Prala hier, wir sind auf der Marie-Hilfe Straße, schauen wir uns an was hier abgeht, kommt's mit. Fragen wir mal die Leute, was Rap für sie bedeutet. Farid Bang bei Gamechanger. Oh ja, Banger Musik, das ist eine von dem Lied. Groß, und jetzt nochmal in Deutsch? Ähm... Rap-Boider! Rap-Boider, schickst du euch das? Rap-Boider, abonniert die Pfotsen. Ja, Mann, ihr Pfotsen. Rap-Boider, abonniert den Scheiß. Erzähl mir was über Rap. Keine Ahnung, was soll ich erzählen? Ja, was hörst du, was machst du? Raft Camorra 107. Und? Kille, Kille. Erzähl, gib mir eine Lern. Und was, mein Team Primo, der zweite, der deutsche kleine Geschichte. Ja, Mann, Primo. Ja, Mann, Primo. Ja, Mann, Primo. Kennst du Maniak? Maniak? Ich kenne Schwabo Ortak. Schwabo was? Ortak. Ich bin Schwabo, Schwabo Ortak, keine Ahnung. Du bist Schwabo. Was machst du hier? Keine Ahnung, Bruder, ich war gerade Zara. Hast du was gekauft? Nein. Wieso nicht? Keine Ahnung. Arbeitest? Nein. Auch nicht. Schule? Ich gehe Schule ab und zu. Arbeitest du? Du bist in einer Zeit. Wo ist die Form? Eschreff? Nein. Das kennen wir nicht. Farid? Keine Ahnung. Rav? Camorra? Ja, das übliche halt, Young Hoon und sowas. Das ist das übliche? Ja. Ufo 361, 187 und Nemo und Kamangang. Bushido? Keine Ahnung. Bushido? I don't have no idea about it. Ähm, Rap? Meine Kinder hören Rap. Und du? Ich hör mit, teilweise. Was hältst du davon? Teilweise cool, teilweise mit großen Fragezeichen. Du bekommst von Pablo Jobs, doch ich bekomm von deiner Mutter Pablo Jobs. Ja, Rap ist Leben geworden, die in der Straße so herumgehen machen auf Gangsta-Distas und so, ja. Meine beste Musik ist Reggae. Wie heißt du? Nora. Nora, freut mich. Was hältst du von Rap? Ähm, ja, ich find's cool, wenn die Texte gut sind. Okay, was hörst du für Rap persönlich? Ähm, ja, wenn dann so deutschen Rap so, ich weiß nicht, ich kenne Fiverr, die mag ich ganz gern. Okay, cool. Gute Texte. Kannst du uns da was? Nein. Vorgeschmack geben? Nein. Na jetzt nicht, absichtlich nicht. Und jetzt kommt der mein Steves Chess. Puh! Ich find die Mehrheit, sie ist so dumm, er müsste B****. Was haltet ihr von Falco? Die Musik war nicht schlecht, aber man hat ihn schlecht verstanden manchmal. Würden Sie das als Rap bezeichnen? Manche Lieder schon. Ich finde seine Musik eigentlich echt gut, eigentlich. Also, muss man schon sagen. Würdest du ihn als Rapper bezeichnen? Nein, das eigentlich nicht. Was wäre? So eine Mischung aus damaligem Pop und Rap sozusagen. Wir waren jetzt gerade im Haarenplanet. Ich war sehr schön. Ich bin hier ein bisschen zugetonert. Fuck, die Polizei. Hohe Kinder. Ja, was wollen Sie fragen? Wie heißt du? Ich bin Ipek. Die Ipek. Ja. Ipek. Ipek, okay. Freut mich. Ich bin der Prahler. Ja. Bruder. Ist dir nicht kalt, Bruder? Das ist nicht echt. Ich weiß nicht. Das ist nicht echt. Na sicher. Rap, Alter. Abonniert das. Und sag mir, was du davon hältst. Das war auf der Ottokringer Straße. Ja. Wiener wissen, was es heißt, für Brot kämpfen zu müssen. Knie dich hin und sie hoch, um meine Hände zu küssen. Und halt deine Goschen, sonst reißt die Geduld. War sehr schön nach der scheiß Nazi-Zeit. Papa. Papa. Das ist nicht echt. Das glaube ich nicht. Warte mal. Ist das verbunden? Okay. Und? Und was sagst du? Cool. Sarko. Ich habe das Gefühl, es kommt aus Berlin oder so. Ja, wunderbar. Warte mal. Läuft das? Ah, okay. Jetzt ist es glaubhaft. Gehst du immer so oder was? Nicht immer. Manchmal bin ich natürlich im Sarko unterwegs. Wer hat Rapper gefunden? Sicher nicht ein Mensch. Das waren sicher ein paar zusammen. Rapmusik ist der origine aus Afrika. Ja? So, wir haben alle Rapmusik. Die Australien versuchen etwas davon herauszufinden, aber... Jeder versucht zu kopieren. Kopieren. Das ist das, was ich über die Musik kenne. Hast du einige Länge? Welche Länge? Und wenn es euch gefallen hat, drückt auf das Abonnieren-Knöpfli. Rap-Outer. Das österreichische Rap-Unterhaltungsportal. Na, hat euch das Video gefallen? Dann drückt auf Abonnieren und gebt uns einen Daumen nach oben. Peace.